Was sind die Leute, die da sind, ziemlich erstaunt und erschrocken? Also ich finde, dass die Leute, die da sind, ziemlich erstaunt gucken, erschrocken. Keine Ahnung, ob das der größte Dinosaurier der Welt ist oder da was ganz Neues. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Museum. Es staunen viele Menschen auf irgendeine Sache, so gesagt auf das Kunstwerk, was dort ausgestellt wurde. Vielleicht ist dann ein richtig großes Bild oder keine Ahnung. Sie gucken ja alle so hoch, also muss das etwas entweder an der Decke hängen oder etwas ganz Großes sein. Es kann ja auch sein, dass die da irgendeine Wahrsagerin hingestellt haben, die jetzt jedem, der nach oben guckt, irgendwie sagen, was Sache ist. Also ja, du wirst in zehn Jahren ganz berühmt und dann wollen alle ein Autogramm haben. Bis zum nächsten Mal. Schön, sehr gut! Vielen Dank.